3, 2, 1, weiter geht's bei Dishornet. Ich bin auf der Suche nach unserer Ausrüstung. Jetzt habe ich leider nur ein Schwert und ein Messer. Oder irgendein schwitziges Ding, wenn das Schneide dran ist. Mehr dazu sagen. Meine Ausrüstung ist eine Etasche tiefer. Ey. Einlassen. Was steht, hat er auch ü dels Stceğimäller nur an uns? Ich bin auf der Suchenäller-Land. Wie soll ich so zu meiner Ausrüstung kommen? Ja, da ist... Nein! Verdammt! Oh! Wie dumm bin ich? Oh! 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 Oh, was ist das? Noch irgendwas Jetzt habe ich vor uns gar nicht hingeguckt So Oder? Doch Ahlala Ich spiele, ich speichere dich mal Ich speichere dich mal Was ist das? So Sollte 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 So Meine Ausrüstung ist da unten Perfekt Sollte Awww Gott Mann, bin ich. So. Heilig, scheiße. Was ist das? Wir sind alle nicht ganz fit, oder? Wo ist er jetzt denn? So. Beschaffe deine Ausrüstung. Oh Gott, oh Gott. Zum Hauptquartier. Zack, zack, zack. Das sind ja so komische Dinger. Erschlossen. So. 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 So schlaustyhe? Na gott. Schau mowa. Wo die kleinen Hunde sind. Wer halt da ist. Flösser Schlüssel. Keine Brau.